Ich hatte Lust, hier mit dir in aller Ruhe einen Kaffee zu trinken. Ist das seltsam? Aber nicht doch. Ich finde das überhaupt nicht seltsam. Das ist doch normal. Du lügst doch. Ich sehe es dir an deinem Gesicht an. Ich hätte das liebend gern auch mit meinem Kind gemacht. Vielleicht während eines Spaziergangs oder auch nach Schulschluss. Bei der Gelegenheit hätte ich ihm dann gesagt, heute ist ein besonderer Tag. Aber leider ist er schon vor einiger Zeit gestorben.